Josef Luis Cipollina ist ein gibraltarischer Fußball- und Futsal-Spieler. Karriere Cipollina begann seine Karriere beim Laguna FC auf Gibraltar. Im Sommer 2006 verließ er Gibraltar und ging nach Spanien, wo er seine Karriere bei La Bologna CF in La Linea de la Concepción fortsetzte. Nach einer Saison wurde der Startrivale und Segunda Division B-Verein Real Ballon-Piedicke-Linensee auf ihn aufmerksam. Cipollina unterschrieb letztendlich im Sommer 2007 und spielte bis zum Sommer 2011 für RB Linensee. Er erzielte zwischen 2007 und 2011 in 108 Spielen 17 Tore, bevor er im Juli 2011 zum Liga-Rivalen CD Sanrock de Lepe verliehen wurde. Er kam bei Sanrock in der Saison zu 24 Spielen und erzielte dabei zwei Tore, bevor er seinen Leihvertrag bei CD Sanrock kündigte. Cipollina kehrte zu Balm-Piedicke zurück und löste auch hier seinen bis zum Saisonende laufenden Vertrag auf. Er wechselte dann im April 2012 in die USA, wo er fortan seine Karriere bei den Real Colorado Foxes fortsetzen sollte. In den USA kam er nicht zurecht und kehrte daher im August 2013 nach Gibraltar zurück. Cipollina spielt seither für St. Josefs FC. Cipollina absolvierte sein erstes offizielles FIFA-A-Länderspiel für die gibraltarische Fußball-Nationalmannschaft am 19. November 2013 beim 0 zu 0 im portugiesischen Faro gegen die Slowakei. Zuvor lief er zwischen 2007 und 2013 in inoffiziellen Länderspielen für Gibraltar auf unter Ausschluss der Beachtung und Wertung der Länderspiele. Durch die UEFA und FIFA. Er spielte zudem im Sommer 2011 für die Island Games, scheiterte aber bereits mit dem Team in der Vorrunde. Futsal-Karriere Im Januar 2013 spielte er mit Gibraltar die Vorrunde der Futsal-Europameisterschaft 2014, schied aber nach drei deutlichen Niederlagen mit seinem Team aus. Cipollina schrieb bei dem Turnier jedoch Futsal-Geschichte, indem er das erste Futsal-Tor in einem Turnier für Gibraltar erzielen konnte. Futsal-Geschichte Futsal-Geschichte